Wie du dein Gedankenkarussell anhältst und endlich wieder entspannt und ruhig schläfst. Das erfährst du jetzt von mir hier in diesem Video. Hallo, ich bin Helena Sommer und jetzt ist ja gerade auch so eine Zeit, wo wir alle irgendwie im Dauerstress sind, nervös sind, ständig diesen inneren Antreiber haben und irgendwie auch das Gefühl haben, dass die Zeit nicht ausreicht für all die Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben. Und sicherlich hast du schon das eine oder andere ausprobiert, um einfach auch in diese Entspannung des Körper-Geist-Systems zu kommen. Doch ich möchte hier noch einen Schritt weitergeben und dir wirklich eine Anleitung wahrhaftig in die Hand geben, die dich nicht nur in Sekunden runterholt, sondern mir geht es noch darum, dass du überhaupt gar nicht mehr in diese innere Unruhe, dieses gar nicht mehr hast, diese ganzen Gefühle des Gedankenkarussells. Mein Impuls ist, dass wir jetzt mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, also mit der EFT-Klopftechnik, die ich jetzt hier benutze, einfach auch mal die Ursachen beseitige, die überhaupt immer wieder dazu führen, dass du diese innere Unruhe hast und keinen inneren Frieden finden kannst. Dass dein Körper auch, wenn du dich hinlegst, dein Körper, dein Gedankenkarussell ständig läuft. Okay? Bist du bereit? Möchtest du es mal ausprobieren? Vielleicht kennst du ja die Klopftechnik schon in Folge einfach den Anweisungen. Wenn du die Klopftechnik noch nicht kennst, dann findest du unten in der Videobeschreibung das Starter-Kit für dich. Da habe ich extra ein sehr leicht und einfach und selbstverständlich System für dich kreiert, wo du wirklich alles ganz schnell für dich anwenden kannst. Okay, let's start. Ich möchte wirklich eine Klopfrunde machen, dass du wirklich diesen Stress auflöst. Und zwar so auflöst, dass er nie, nie wiederkommt. Lass dich überraschen. Okay, wir gehen hier an den Augenbrauenpunkten. Dieser ganze Stress, den ich habe. Und es ist egal, welchen Stress du gerade im Kopf hast. All dieser ganze Stress, den ich gerade habe. Boah, bin ich gestresst. Und irgendwie finde ich keine innere Ruhe. Mein Gedankenkarussell läuft. Läuft. Mein Körper steht unter Strom. Und von Schlafen und erholsamem Schlafen bin ich weit entfernt. So viel Stress, den ich habe. Ich habe so viel Stress. Wir machen gleich eine weitere Rende. Und dieser ganze Stress stresst mich. 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 Dieser ganze hier, das ist der Unterarmpunkt. Dieser ganze Stress stresst mich. Boah, bin ich gestresst. Wir machen gleich eine weitere Rende. So, jetzt haben wir erstmal schon mal viel Entspannung in deinen Körper hineingleiten lassen. Und da konnte sich während der Klopfhunde, vielleicht hast du das gemerkt, schon mal entspannen. Das ist der Effekt, den du wirklich innerhalb von Sekunden deinem Körper geben kannst, wenn du in die Heilung gehst. Wenn du in die Heilung allen dessen gehst, was dich stresst. Wie gesagt, unter der Videobeschreibung bekommst du dann, wenn du dich mit der Klopftechnik nicht auskennst und möchtest mehr darüber wissen, bekommst du gerne von mir das Starter Kit. Damit du wirklich, denn das ist mein Ziel, dass du nicht nur deinen Zustand veränderst, sondern jemand bist, der innerlich ruhig ist. Es geht ja nicht nur darum, wie zum Beispiel Atmen. Klar, in dem Moment, wo du bewusst die Augen zumachst und anfängst zu atmen, löst sich der Stress. Das ist ein ganz klassisches Pattern Interruptus, wo du ein bestimmtes Muster einfach unterbrichst. Das führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass das, was dich stresst, aus dem Weg ist oder aus deinem Leben ist. Und das ist mein Ziel für dich. Dass du gar nicht mehr getriggert wirst, dass keiner mehr deine Knöpfe drücken kann, sondern dass du viel bewusster in den Entscheidungen bist und in den Tätigkeiten und Projekten, in denen du drin bist und sagst, okay. Und in dem Moment, wo du dir bewusst bist und diese Entscheidung auch bewusst triffst, empfindest du keinen Stress mehr oder nur noch wenig Stress. Das meiste, was ist es mehr so Aufregung, Neugierde. Also es wandelt sich total. Und das ist mein Ziel für dich, dass du das, was dich nervt, was dich stresst, was dich nervös macht, was dich frustriert, wirklich aus deinem Körper, Geistessystem und somit aus deinem Leben schmeißt. Ja, und das machen wir klopfenderweise, denn das ist für mich die Technik, die hier wirklich am schnellsten und am einfachsten funktioniert. Und eine dritte Runde, ich bin so gestresst und ich kann keine innere Ruhe finden. Wie denn auch, wenn ich gestresst bin? Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ich bin sehr gestresst, aber eigentlich wünsche ich mir innere Ruhe. Und mit diesem Video hier wirst du deine Erfahrung vertiefen können.